Ich behaupte, dass der AMG in allen Belangen besser ist als der Actros. Ich werde dir einfach in Grund und Boden. 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 Okay, 104,2, 102,2. Tolles Auto. Am Ende des Tages muss ich dir sagen, die Fluggeschwindigkeit bei mir höher. Rückwärtstest viel schneller. Wo warst du eigentlich besser mit dem Ding? Sound? Ja, okay, Sound. Und die normale Flugplatzrunde war ich auch fast doppelt so schnell. Ja, da war mein Anspruch, nicht doppelt so langsam zu sein, aber das habe ich auch immerhin auch geschafft. Und für das, dass das Ding 13 Tonnen wiegt, war das gar nicht so schlecht. Ziehe ich meinen Hut. Stimmt. Also mit anderen Worten, eindeutiger Sieger. Ja, das ist es dir. Danke.